Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen, Jan aus Wien hier. Willkommen am 3. Jänner. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Und ich darf euch am heutigen Dienstag wieder ein paar Technik-News näher bringen. Wir beginnen mit News rund um Samsung und das Galaxy Note 7, gehen dann weiter zu einigen CES-Neuvorstellungen, eher wie bei einem tollen Power-PC-Tipp von Donald Trump landen, gehen kurz auf die Gewinne der Steam Awards ein und zum Abschluss gibt es wieder ein bisschen Apple. Wir beginnen bei Samsung. Samsung hat jetzt aktuell abgeschlossen die Ermittlungen rund um das Thema des Galaxy Note 7. Das ist ja im vergangenen Jahr leider immer wieder mal explodiert und musste letztlich zurückgerufen werden. Samsung hat jetzt die Ermittlungen rund um den Fall abgeschlossen. Ergebnisse gibt es für uns insofern noch keine. Samsung möchte aber diesen Monat bekannt geben, warum es zu den Problemen kam. Wir dürfen weiter gespannt sein und dürfen dann hoffentlich im Laufe dieses Monats erfahren, warum denn das Handy teilweise explodiert ist bzw. es halt diese großen Probleme mit dem Akku gab. Wir kommen zum CES. Hier gibt es die ersten Vorstellungen, teilweise noch ungewollte Leaks, aber immerhin zumindest Details, zum Beispiel zum Asus Zenfone AR. Das hat die Firma Qualcomm auf ihrer eigenen Homepage leider geleakt. Dementsprechend weiß man allerdings schon alles sehr genau, noch bevor es Asus leider vorstellen konnte. Was besonders an dem Handy ist, ist, dass es das erste Handy ist, das sowohl eine Tango-Kamera unterstützt, das bedeutet eine Kamera, die auch räumlich aufnehmen können soll, und zudem Googles Daydream-Technik unterstützt. Ansonsten modernste Hardware, aber keine großartigen Überraschungen, aber immerhin das erste Handy, das beide dieser Google-Technik unterstützt. LG möchte vier verschiedene neue Notebooks vorstellen. Diese sollen über einen speziell starken Akku verfügen, der eine sehr hohe Kapazität aufweist. Dazu kommt ein neues Herstellungsverfahren der Akkus zu tragen, das 1,7 mal mehr Kapazität bringen soll. Die vier Geräte selbst bewegen sich zwischen 15,6 und 13,3 Zoll, technisch nicht die unbedingt stärksten Geräte, aber immerhin, ja, mal sehen. Die kleineren Geräte, die 13,3 Zoller, kommen leider nur mit Core i3-Rechnen. Meiner Meinung nach dadurch etwas uninteressanter, der 14 Zoller immerhin mit einem i5 und der 15,6 Zoller mit einem i7-Rechner. Außerdem präsentiert LG neue Monitore, also Monitore-Fernseher. Die sollen, neben dem, dass sie halt auch alle aktuellen Passwörter enthalten, wie Fika und HDR und weiß ich was alles, über ganz besonders tolle, scharfe Farben verfügen. Und das liegt jetzt nicht an HDR, sondern an sogenannten neuen Nano-Zellen. Die ersten Fernseher sind auf der CES schon zu sehen. Laut einigen Journalisten, die vor Ort sind, soll das tatsächlich ein großer Sprung sein. Wir dürfen gespannt bleiben, ob es sich denn weiter verbreiten wird. Ansonsten, ja, die Fernseher mehr oder minder Standardklasse. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen erwähnenswert wäre, dass auch wieder in WebOS auf diesen Geräten laufen wird. Ein durchaus spannender Punkt. Wir kommen zu Dell. Bei Dell ist auch bereits im Vorfeld etwas geleakt, das aus meiner Sicht sehr interessant ist. Aktuell hat Dell mit den XPS Notebooks einen relativ großen Erfolg. Der 13er und der 15er gelten als die härtesten Konkurrenten zu Apples neuen MacBooks. Und da gibt es jetzt eine Weiterentwicklung, was das 13 Zoll Gerät betrifft. Das ist ab sofort als Convertible verfügbar, bedeutet, es hat nur ein Touchscreen. Und im Endeffekt kann es so aufgestellt werden, ähnlich wie diese Lenovo Yoga in vier verschiedenen Aufstellvarianten, wenn man so möchte. Und eben, ja, mit diesem Touchscreen dann bedient werden. Technisch genauso beeindruckend das Ganze, verfügt auch über dieses Infinity Display. Das heißt, es ist nahezu randlos. Es ist irgendwie nur so um die 5mm Rand, die das Ganze hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe das bei einem normalen XPS schon mal gesehen. Ansonsten, ja, durchersparendes Gerät. Leider leistungstechnisch nicht ganz auf dem normalen XPS 13 Niveau. Da kommt leider nur ein Core M Prozessor zum Einsatz. Ansonsten, ja, nichts ist trotzdem entsparendes Gerät aus meiner Sicht und wird bei 999 Dollar starten, ein Kampfpreis. Weg von der CES zu einem PC-Tipp von Donald Trump. Was jetzt vielleicht ein bisschen zynisch anklingen mag, ist auf der anderen Seite vielleicht aber tatsächlich gar kein so schlechter Tipp. Bei einer Silvesterparty soll er alkoholisiert gemeinsam, dass er PCs misstraut. Das hat er ja bereits schon vorher öfter gesagt. Insofern ist es keine großartige Überraschung. Und er meinte, wenn etwas wichtig sei, dann soll man es mit Tinte auf Papier niederschreiben und über einen Kurier übermitteln und auf jeden Fall nicht über einen Computer machen. Mag ein bisschen altmodisch klingen, auf der anderen Seite wahrscheinlich tatsächlich eine sichere Variante. Zumindest mit dieser Aussage hört sich Donald Trump also nicht aus meiner Sicht zumindest in den Nesseln gesetzt. Ein kurzer kleiner Ausblick in die Welt der Spiele. Dort wurden die Steam Awards jetzt vergeben. Wir haben bereits in einer Spielefolge darüber berichtet, dass Steam diesmal sehr interessante Kategorien, beziehungsweise zumindest Bezeichnungen für Kategorien ausgegeben hat. Und jetzt wurde eben die Abstimmung beendet. Es geht bei den Steam Awards grundsätzlich um nichts. Es ist keine Preise und keine Bonusgelder oder sowas dafür. Letzten Endes ist das Ganze nur eine Spaßsache. Darum auch diese Spaßkategorien. Steam selbst gibt an, dass der Gewinner dieser Kategorien quasi nur unendlichen Ruhm der allerersten Steam Awards sammeln wird. Aber ja, um mehr geht es ihm nicht. Preisträger? Ja, jetzt nichts Großes, etwas Überraschendes, als in der Kategorie Test der Zeit, also Spiele, die sich immer noch gut spielen, hat Skyrim gewonnen. Kein Wunder, gab es da gerade ein Remake. Bei der Kategorie Bum Bum hat zum Beispiel Doom gewonnen und bei der Kategorie Spiel im Spiel GTA 5. Kommen wir kurz zu Apple. Da gab es die Woche schon die ersten Berichte, dass die Firma nicht großartig von den Note 7 Rückruf profitiert hat quasi. Jetzt gibt es die ersten Berichte, dass die Produktion für das iPhone 7 zurückgefahren werden soll. Konkret geht es um 10%, die angeblich zurückgefahren wurden. Eher unüblich für ein Apple iPhone. Vor allem, da das 8er ist und nicht so großartig vor der Tür steht. Das würde frühestens im November erwartet. Also wären es immerhin noch 9 Monate für das Ganze. Zuletzt ein kleiner Gag, auch aus der Apple-Richtung. Wer seine Airpods, zumindest laut Angaben des Herstellers, diebstahlsicher teilen möchte, der kann sich jetzt einen Oral-B-Zahnseite-Sticker für das Airpods-Kase kaufen. Das sieht dann tatsächlich zum Verwechseln ähnlich aus. Meiner Meinung nach ein süßer Gag. Laut dem Hersteller aber angeblich eine mögliche Diebstahlsicherung. Je nachdem, sei es wie es sei, eine liebe Idee, die auf Product Hunt verlinkt ist und auch in unseren Shownotes zu finden ist. Das war es von meiner Seite zu den News von heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.